Guten Morgen! Einige glauben ja, Hamburg liegt an der Nordsee. Das ist leider nicht ganz richtig. Für diese Liga-Szenica in Sachen Geografie sei ein kleiner Hinweis erlaubt. Drei Stunden bis Westerland, ein bisschen weniger nach St. Peter-Ording mit dem Zug und ungefähr mit 1.364.000 Schülern, die aber am vorderen Teil des Zuges sind. Und wir fahren jetzt auch los auf nach Westerland.